Auf Zugrata, mein Workshop, beginnt um 16.30 Uhr da drüben. 16.30 Uhr. 16.30 Uhr, ja. 17.00 Uhr, die wurde 17.00 Uhr gesagt. Ah, dann geht nur um 16.00 Uhr, dann nur eine Stunde. Eine Stunde. 17.00 Uhr, okay. Anderthalb Stunden. Mein Workshop heißt Beziehungstheater und ist ein Liebesspiel mit der eigenen Identität. Und der Anderer, nach dem Motto von Friedrich Schiller, der Mensch ist erst dann ganz Mensch, wenn er spielt. Das ist hervorgegangen aus meinen Humor-Workshops, die es seit vielen Jahren gebe. Da habe ich gemerkt, dass Beziehung ein besonders interessantes Gebiet ist, was Humor betrifft. Und ich weiß nicht, dass ich mich als tragische Gestalt nicht mehr ernst nehme. Und dass ich auf diesem Schillerregler meiner Identitäten von, ich bin ja eine tragisch-komische Figur, von tragisch ein bisschen weg ins Komische rübergehen kann, weil dann die Transformation leichter ist. Ja, als tragische Gestalt, die ich auch bin, tun mir andere was an und ich bin das Hoffnung, das ist manchmal ziemlich schlimm und am Schluss sterben werde. Aber davor, wenn man diesen Regler rüberschiebt ins Komische, was man ganz gut durch Pantomime und Übertreibung ins Spiel erreichen kann, dann wird vieles leichter und insbesondere werden Beziehungen leichter. Vielen Dank.